Herzlich willkommen zur Astlepios Gesundheitssendung. Angenommen, Sie bekommen Schmerzen in der Brust und Sie wenden sich an eine zentrale Notaufnahme eines Krankenhauses. Was erwartet Sie dort? Wem begegnen Sie? Wie sieht die Hilfe aus? Und warum müssen Sie unter Umständen ziemlich lange warten? Darum geht es jetzt. Bei mir ist Jan Wietze, der Chefarzt der zentralen Notaufnahme der Astlepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Wietz. Ja, hallo und danke. Was passiert, wenn ich zu Ihnen komme? Wen sehe ich da zuerst? Also wenn Sie zu uns in die Notaufnahme kommen, sehen Sie als erstes eine Pflegekraft oder eine ausgebildete medizinische Kraft bei uns vorne am Empfangstresen, die Sie bei uns im Prinzip in die Notaufnahme aufnimmt. Was macht die? Also als erstes werden die Patientendaten erhoben, natürlich die Krankenkassenkarte. Aber da findet auch schon im Prinzip das Abfragen von Symptomen, weswegen stellen Sie sich bei uns vor, im Prinzip eine Ersteinschätzung. Ja, diese Ersteinschätzung, was umfasst die? Diese Ersteinschätzung umfasst erstmal natürlich das Abfragen von den aktuellen Beschwerden. Im weiteren Verlauf werden dort die Vitalzeichen erhoben. Es wird eine Pflegeanamnese erhoben. Und daraufhin findet dann im Prinzip auch die Einstufung bei uns sozusagen statt. Also das heißt also Vitalzeichen, das ist glaube ich Herzschlag vielleicht, Blutdruck oder sowas? Genau, also die Vitalzeichen, die dort erhoben werden, das sind im Prinzip Blutdruck, das ist richtig. Genau, die Herzfrequenz wird gemessen, die Temperatur wird gemessen, also die Körpertemperatur. Und der Sauerstoffgehalt im Blut, die sogenannte Sauerstoffsättigung wird dort erhoben. Und dann fragt man mich, was ich denn, wo es denn weh tut? Genau, richtig. Da werden dann Fragen gestellt. Wo tut es denn weh? Und seit wann ist denn das so? Wie lange geht das schon? Und dann entscheidet diese Person, wie lange ich da warte, bevor ich einen Arzt sehe. Ist das richtig? Ja, also es findet dann im Prinzip eine Ersteinschätzung statt, wo diese ganzen Punkte zusammengezogen werden. Wo man im Prinzip anhand dessen, was der Patient einen berichtet, auch in Kombination mit den Vitalzeichen, die dort erhoben werden, findet dann im Prinzip die Einschätzung statt, wie schwer scheint diese Erkrankung zu sein. Und dann wird man in eine sogenannte Ersteinschätzungskategorie geführt. Und anhand dessen gibt es sozusagen für uns den Anhalt, wie dringlich ist da der Arztkontakt. Ist das die sogenannte Triage? Das ist die sogenannte Triage, genau. Das ist richtig. Aha. Das heißt also, entweder kommt sofort einer oder ich glaube nach zehn Minuten, nach einer halben Stunde. Genau. Es gibt verschiedene Triage-Kategorien. Es gibt fünf verschiedene Triage-Kategorien. Rot, Orange, Gelb, Grün und Blau. Und wenn man rot kategorisiert wird, das ist meistens sehr offensichtlich, weil es einem da wirklich lebensbedrohlich schlecht geht, ist unmittelbar ein Arztkontakt erforderlich und der findet auch statt. Wenn man zum Beispiel gelb kategorisiert wird, dann hat bis zum Arztkontakt im Prinzip 30 Minuten Zeit. Wenn man grün bzw. blau triagiert wird, zum Beispiel 90 oder 120 Minuten bis zum Arztkontakt. Und wo liege ich da jetzt mit meinen Brustschmerzen? Ja, das ist ein spannendes Thema. Das kommt natürlich darauf an. Wenn Sie bei uns in die Notaufnahme kommen mit Brustschmerzen, werden natürlich dann auch wieder die Fragen gestellt. Es werden die Vitalzeichen erhoben. Und in dem Rahmen ist es meistens so, man wird gelb oder orange triagiert. In einer halben Stunde. Genau, sodass es ungefähr eine halbe Stunde bis zum Arztkontakt stattfindet. Wenn man jetzt stärkere Symptome angibt oder es da schon einen dringlichen Hinweis darauf gibt, dass es wirklich etwas Dringliches mit dem Herzen sein könnte, findet auch zügiger ein Arztkontakt statt. Dann wird man entsprechend höher kategorisiert. Ja, ganz blöd gefragt. Wieso kann die Person das, die Pflegekraft? Das sind ausgebildete Pflegekräfte, natürlich erfahrene Pflegekräfte, die einen entsprechenden Kurs haben. In diesem Manchester-Triage-System, das ist das Triage-System, was wir benutzen. Es gibt verschiedene Triage-Systeme und diese Pflegekräfte oder medizinischen Kräfte, die haben einen Kurs belegt, wo sie im Prinzip dieses Triage-System lernen, wo sie die Ersteinschätzung lernen, auf was kommt es an, wie kann man diese ganzen Dinge zusammenführen, um zu einem validen Ergebnis zu kommen. Dazu kommt natürlich auch noch die Erfahrung entsprechender Pflegekraft bzw. medizinischen Kraft. Und das alles zusammenführt dann zu einem Ergebnis, was uns natürlich auch sehr dabei hilft, unsere ganzen Verfahren und Prozesse zu steuern. Ja, und dann kommt der Arzt. Und was macht der? Ja, wenn der Arzt kommt, dann macht er im Prinzip das, was auch, sage ich mal, ein Hausarzt macht. Es werden Fragen gestellt, es wird die Patientenanamnese erhoben, also im Prinzip die Krankengeschichte des Patienten, auch natürlich vor allem auch die akuten Symptome werden abgefragt, weswegen sind sie dann hier. Wie lange geht das? Hatten sie das schon mal gehabt? Wie sind denn die Beschwerden aufgetreten? Welche Qualität haben die Beschwerden? Es wird eine Medikamentenanamnese erhoben, die Vorerkrankungen werden erhoben, Allergien werden abgefragt. Dann findet natürlich eine körperliche Untersuchung statt, so wie man sich das im Prinzip vorstellt, mit Auskultieren, Abtasten. Und am Ende wird dann sozusagen schon einmal berichtet, in welche Richtung das ungefähr geht, damit der Patient natürlich auch ungefähr eine Ahnung hat, wie es weitergeht. Da wird dann zum Beispiel so etwas berichtet, wie findet die weitere Diagnostik statt, wie sind gegebenenfalls auch die Wartezeiten, weil sie es angesprochen haben. Und das versuchen wir den Patienten dann schon im Prinzip unmittelbar mitzuteilen, sofern es da möglich ist. Jetzt habe ich ja einen Brustschmerz und bin gelb triagiert. Was machen Sie denn speziell mit mir? Wenn Sie mit Brustschmerzen zu uns reinkommen, ist es so, dass im Prinzip schon mit Kontakt der Pflegekraft unmittelbar ein EKG geschrieben wird. Das brauchen wir zwingend. Das ist auch so von den Leitlinien her vorgegeben, dass innerhalb einer Zeitspanne von zehn Minuten ein EKG geschrieben werden muss nach ersten Patientenkontakt in der Notaufnahme. Und dieses EKG gibt uns schon den ersten Hinweis darauf, ist denn da zum Beispiel etwas Akutes mit dem Herz, was man im EKG sieht. Dann findet eine Blutentnahme statt, wo wir gewisse Werte im Blut bestimmen, die uns einen Anhalt darauf geben können. Gibt es da zum Beispiel eine Schädigung des Herzmuskels, was für uns zum Beispiel einen Hinweis auf einen Herzinfarkt geben könnte. Die Vitalzeichen werden erhoben. Wenn der Arzt dann vor Ort ist, je nachdem, wie dringlich das erscheint, wird entweder sofort oder im Verlauf zum Beispiel ein Ultraschall vom Herz gemacht, um zu gucken, ob es da Schwächen des Herzmuskels gibt, sogenannte Wandbewegungsstörungen, dass der Herzmuskel an einer bestimmten Stelle etwas hinterherhängt. Und natürlich die körperlichen Untersuchungen, die dann gemacht werden. Und je nachdem, was dann dabei rauskommt, finden gegebenenfalls noch weitere Untersuchungen statt. Das hängt dann immer so ein bisschen davon ab, was wir dann schon initial herausfinden. Manche sagen ja, die schon mal in einer Notaufnahme als Patient gewesen sind, es war da so voll, es ging da alles huschi, huschi, huschi. Ich glaube, die haben überhaupt keine Ahnung. Ja, das ist natürlich etwas, was wir immer wieder hören, aber auch wenn das alles immer sehr wuselig bei uns wirkt, ich glaube, das kann man so sagen, immer sehr viel durcheinander, sehr stressig. Es ist durchaus auch stressig, das muss man sagen. Es ist trotzdem alles koordiniert und folgt im Prinzip einem gewissen Plan. Es wirkt, glaube ich, nach außen immer sehr wuselig, weil die Patienten natürlich nicht wissen, was bei uns sozusagen in den Behandlungszimmern stattfindet und was ganz erlaubt gesagt hinter verschlossener Tür stattfindet. Und da mag der Eindruck aufkommen, es ist unübersichtlich, wuselig und wir haben keine Ahnung. Aber ich glaube, dass ich durchaus sagen kann, dass wir sehr genau wissen, was wir da tun. Ja, naja, es gibt ja immer auch noch Dr. Google, aber Sie sagten eben auch gerade hinter verschlossenen Türen. Ich kann mir vorstellen, also das, was ich sehe, ist ja nicht alles, was ich sehe. Was läuft denn da noch alles hinter verschlossenen Türen? Warum sitze ich da so lange, abgesehen von der Triage? Genau, also wenn wir einen Patienten bei uns in der Notaufnahme aufnehmen, einerseits pflegerisch, andererseits ärztlich, ist das natürlich der Patientenkontakt, der stattfindet. Wenn wir vom Patienten wieder am Schreibtisch, am Computer sitzen, fängt im Prinzip die Arbeit für uns an. Da geht es dann auch um Dokumentation. Wir müssen natürlich die ganzen Dinge, die wir erhoben haben, vernünftig in den Computer bringen, also im Prinzip zu Papier bringen, die Anamnese aufschreiben, die körperliche Untersuchung aufschreiben. Wir müssen weitere Untersuchungen anmelden. Wir müssen gegebenenfalls Telefonate führen mit weiteren Abteilungen, vielleicht auch mit Hausärzten, mit Angehörigen. Vielleicht auch Befunde aus anderen Kliniken einholen. Die Untersuchungen, wenn sie dann vorliegen, die müssen natürlich auch gesichtet werden. Dass wir uns Röntgenbilder angucken, gegebenenfalls Ultraschalldiagnostiken angucken. Und natürlich auch die Laborbefunde, die gegebenenfalls auch nochmal mit anderen Kollegen diskutiert werden müssen. Die Assistenzärzte sprechen einzelne Fälle natürlich oder im Prinzip jeden Fall natürlich auch mit den Oberärzten ab. Und so findet dann eine Kommunikation statt. So findet aber auch natürlich sehr viel Administrativtätigkeit und Dokumentation statt. Und das findet natürlich alles nicht vor dem Patienten statt, sondern das passiert natürlich bei uns dann im Prinzip im Arztzimmer am Computer. Ja, genau. Man muss ja auch noch behandeln und nicht nur reden. Genau. Trotzdem bekommen ja manche das Gefühl, man hätte sie vergessen und hätte sie nicht richtig gesehen. Kann man da vergessen werden? Also kann die Triage einem schaden? Also die Triage selber schadet einem natürlich nicht. Da machen wir nichts, was jetzt schädlich ist. Und man muss natürlich sagen, dass wir durch die Triage oder Ersteinschätzung, wie es vielleicht schöner zu nennen ist, wir versuchen durch die Ersteinschätzung natürlich unsere begrenzten Ressourcen, die es einfach gibt und das ist sicherlich auch verständlich, versuchen wir natürlich so zu lenken und so zu fokussieren, dass wir die wirklich dringlichen Fälle sozusagen rausfiltern und da unsere Ressourcen zu bündeln. Insofern ist es natürlich so, dass wir den Patienten bei uns eigentlich eher sogar dadurch helfen, dass wir nämlich den Patienten, die eher Hilfe brauchen, dann auch bereitstehen und die Patienten, die unter Umständen nicht so krank sind, die müssen dann leider ein wenig warten. Aber ich denke, das ist durchaus verständlich, weil wir natürlich dann unsere Kräfte eher bei den dringlichen Fällen konzentrieren, weil die schneller Hilfe brauchen und schädlich ist das natürlich auf gar keinen Fall. Vergessen werden kann man nicht, das haben Sie ja auch nochmal gefragt. Ja, genau. Vergessen werden kann man nicht, da haben wir mehrere Systeme und es gibt ja auch immer die kleinen Patientenarmbändchen und so, sodass tatsächlich ein Vergessenwerden eher unwahrscheinlich ist und ich persönlich habe es auch noch nicht erlebt, dass ein Patient komplett vergessen wurde. Ja gut, nun schwankt das Ganze ja einerseits zwischen Überfüllung und andererseits geht es ja doch nochmal um medizinische Behandlung. Also wenn ich jetzt was habe, soll ich jetzt sagen, ach komm, bleib lieber zu Hause, es wird schon nichts sein? Ja, das ist natürlich immer ein sehr subjektives Gefühl, was wir teilweise da auch mitgeteilt bekommen. Grundsätzlich ist es natürlich so, wenn es jemandem nicht gut geht und er hat das Gefühl, er braucht ärztliche Hilfe, dass er sich dann auch entsprechend ärztlich irgendwo vorstellt. Und wenn für diesen Patienten in dem Fall die Notaufnahme der Anlaufpunkt ist, ist es sicherlich immer sinnvoller, sich einmal mehr vorzustellen als einmal zu wenig. Insofern kann ich einfach nur raten, wenn jemand das Gefühl hat, er ist so krank, dass er in eine Notaufnahme muss, dann soll er auch in die Notaufnahme kommen und findet er bei uns sicherlich auch eine entsprechende Behandlung und Diagnostik. Ja. Wie hoch ist der Prozentsatz von denen, die da eigentlich das Falsche wollen bei Ihnen und auch gar nicht kriegen? Also mit das Falsche wollen sprechen Sie sicherlich an Patienten, die vielleicht in einem anderen Bereich besser aufgehoben wären. Würde ich ungefähr mit 20 bis 30 Prozent von Patienten oder 20 bis 30 Prozent der Patienten, die zu uns kommen, könnten sicherlich auch zum Beispiel über den Hausarzt abgeklärt werden. Ja. Kommen auch welche, die etwas von Ihnen erwarten, was Sie nicht liefern können? Beispielsweise ein Rezept oder sowas? Ja, das gibt es immer wieder, dass Patienten sich zum Beispiel ganz simpel mit einem Rezeptwunsch bei uns in der Notaufnahme vorstellen, die wir dann durchaus auch mal weiterleiten an die KV-Ärzte. Es gibt auch immer wieder Patienten, die warten relativ lange bei uns in der Notaufnahme. Ein klassisches Thema ist da so Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Die warten natürlich einerseits, weil die länger auf ihre Behandlung und ihnen ihre Diagnostik warten. Und am Ende wollen sie im Prinzip nur eine Krankschreibung. Das sind natürlich auch Dinge, die wir in der Notaufnahme so nicht umsetzen können. Krankschreiben, das können die niedergelassenen Kollegen, das können wir in der Notaufnahme nicht. Wir können im Prinzip bei uns in der Notaufnahme nur abklären, gibt es da Notfallen, müssen wir jetzt akut tätig werden. Aber die Leistung wie zum Beispiel Krankschreibung, das ist ganz klare Aufgabe des niedergelassenen Sektors. Ja, gut zu wissen und vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepas.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund!